Hallo wieder zu... Deine Zwing-O-Zone entsteht und... Es wie jetzt... Puh... 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 Warte... Die sind ein bisschen weit weg Ich habe keine wirkliche Verbindung zu denen Sind wir militärisch relativ pieps Wenn der Asyra gefordert werden würde Da würde ich ja sagen Dann würde ich auf Porto marschieren So... Gatling-Kanode Äh... Die wird nach Schaukia Geführt Produktion ändern Ja... Was bauen wir dann da? Ach... Ach komm hier... Den Hafen Ah... Unsere Denunzierung Ist aufgehoben Mh... 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 Will ich das machen... Ja... Ich will... Ich werde jetzt mal mit den Sidney-Mann, äh mit den Sidney-Sin hier Mir mal Den Franzosen einverleiben Du bist in meinem Pferd Du bist in meinem Pferd Du haben abbehalten Du bist in meinem Pferd Oh, da war ein Pferd Ich bin mit dem Pferd Bollion C'est toi Okay, auf Wiedersehen Na, P Na, P Ooooooh, Pollynesen hat uns denunziert Das sind wir aber traurig Auch der Österreicher Hm Interessant Ob das heißt, dass wir bei Europa angegriffen werden Hm Auch der Asyrer Und in Asyrien Haben wir kaum Gruppen Und auch So geil Erklärt uns den Krieg Eieieieiei Hm Hm Die Saxonen sind Höchst unerfreulich Ich Würde ich mal zu sagen Weißt du Mach ich mir Sorgen um Praga Und Da Noch drei Runden bis wir Das da unten Der stand dazu verführerisch Der französische Bauarbeiter Der Den Musste ich mir einfach so krallen Der 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 Haben zu viele Gatling Kanonen Ja, die sind ja auch teilweise recht praktisch Matthias So Den letzten Weg noch mal durchgehen Fortfeld 390 Kommt, den ersten Bomber Produzieren wir da Fortfeld nicht Ein Archologe noch mal So langsam geht doch die Kohle runter So 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 Aha, Riga hat den Asyran, den Krieger, äh, Riga 9 verbündeten an, damit wir uns in Syran lange nicht mal verbunden sind. Zehn Runden gibt es auch eine neue Kathedrale. Ach, komm. Oh, schicken wir mal In die Gebiete 170 Runden auf keinen Fall Äh, ja Drei Alu haben wir Bauen wir da, der Sack für Dukkippen schnell Komm Museum dahin So Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 Kommt die Gatling Kanone, schicken wir auch wieder zurück Aber Kämpfe passieren hier, gar nicht Unsere Abwachung mit den Briten sind vorbei, ist ja egal Komm, baut mal deine Uni Ja, kommt Friede mit Frankreich Ja Ja So Oh So Kartikalt ist erstattet Fertig mit ihrem Löschsturm Dann hier Amphitheater Ach, wie ist es denn eigentlich mit ihrer Persönlichkeit hinaus? Ja 59 Wundern 155 Genau Ewig Ewig Oh Für immer Für immer Für immer Für immer Oh Ewig Nicht Niemals 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 Wissenschaftler auch Ach, ein Schriftsteller bald in Berlin Ja Das warten wir noch ab Bis der große Wissenschaftler da ist Nächste Runde sollte ich glaube ich den ersten Retter Ja Aha Jetzt denunzieren sie uns Erstmal Frieden schließen und dann denunzieren Klasse Und weil dieser Krieg sowieso Nix weiter bringt Beschließen die hier Frieden So Die Karawane zieht weiter Da Nach Edinburgh wieder So Die Gatling Kanone Ach, ne Er bleibt da stehen Und ein paar Denunzierungen und No Kom Monument Dann gibt's da nochmal Fett Zufriedenheit Drei Aluminium Eien Obso ist ja gar Nix Und Na Et Es E Der Dänemark hat dann Syrien genutzt Nicht mein Bier, ach Ach, die Portugiesen sind noch da mit Dänemark Und da klappt es dann einen Angriff auf einen Baudrupp So, da haben wir den großen Schriftsteller Und Sein Name ist großer Schriftsteller Und der kann kein großer Werk leisten, sondern nur ein politisches Traktat Und dadurch gab es einen kleinen Boost Hannover ist gewachsen Das ist toll bei dieser kleinen Stadt So, wie ich sagte, wollte ich den Schriftsteller erleben und damit machen wir für heute wieder Schluss So, da sind die Schriftsteller Vielen Dank.